Herzlich Willkommen bei GT-Zesor. Wenn du dich für eine Lehre aus Anlagen- und Apparatenbauer interessierst, komm mit. Wir fertigen Kernprodukte sowie eine Reihe von kundenspezifischen Peripheriegeräten mit hoher Eigenfertigungstiefe an unserem Standort in der Schweiz. Als Anlagen- und Apparatenbauer fertigst du anhand von technischen Zeichnungen, Einzelteile und Baugruppen für unsere Maschinen. Du brauchst Blech-, Rohr- und Flachkaisen. Du brauchst verschiedene Maschinen, Werkzeuge und Schweißgeräte. Es erwarten dich spannende, abwechslungsreiche Aufgaben bei einem familiären Team. Bei uns kannst du früh Verantwortung übernehmen und kannst in alle Bereiche des Berufs hineinschauen. Wir legen Wert auf eine gute Betreuung und unterstützen dich im Betrieb wie aber auch in der Berufsschule. Um die vierjährige Ausbildung erfolgreich abzuschliessen, musst du folgende Dinge mitbringen. Du interessierst dich sehr für technische Zusammenhänge, du arbeitest gerne exakt und sorgfältig, du besitzt ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und hast du handwerkliches Geschick, dann bist du genau richtig bei uns. Nach deiner Lehre könntest du dich zum Schweißfachmann ausbilden lassen oder an einer höheren Fachschule oder Fachhochschule weiter studieren. Zudem kannst du bei uns bei Inbetriebnahme von Anlagen im Ausland mithelfen und lernst so spannende Länder kennen. Wenn dir dieser Einblick bei GTC-Sor aus Anlagen- und Apparatenbauer gefallen hat, bewirb dich jetzt. Ich bin jetzt bei Inbetriebnahme von Anlagen im Ausland. Untertitelung des ZDF, 2020